Das ist eine neue Reaktion von Onkel DLP, Knackig und Nackig, Onkel Bauer! Ja, Hallöchen. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Das liegt aber daran, dass ich das Mikro nicht anhatte und ich euch hier schon eine Viertelstunde einfolgegetextet habe. Ja, willkommen hier beim Onkel Schlumpf. Ja, Schlumpfhausen hier. Schweinemorelli Schlumpfhausen, Schweineschlumpfhausen, Schweineschlumpfhausen. Ist er nicht süß? Ist er nicht wunderschön? Ich bin nicht Gargamel, nein. Nein. Nein! Ich bin nicht in Gargamel. Den habe ich mir verdient, Freunde. Und heute Morgen um 6 Uhr stand ich so vor meiner Kaffeemaschine und die meinte mir da irgendwas zu erzählen. Also rein schriftlich. Weiße Schrift auf rotem Grund ist nie gut. Weil ich jetzt die Brille nicht aufwarte, habe ich mir gedacht, ja okay, du willst was haben. Nee, war es nicht. Ja, dann halt die Tropfschale. War es auch nicht. Ich denke mir gut. Ich glaube, diese Konversation hier, ich werde die Brille holen müssen, sonst wird das nichts. Ja, natürlich. Morgens um 6 erstmal die Brüheinheit reinigen. Macht ja auch Sinn. Das Thema hatten wir schon mal. Kaffeemaschinen sollte es ab Werk verboten werden, um solche Uhrzeiten, solche Dinge von einem zu verlangen. Aber gut, nachdem ich mir dann meinen ersten Kaffee geholt hatte, habe ich hier diesen Anton-Player angeschmissen auf Telegram, Kirschli Beck am Video. Und kurz nachdem ich den dann gestartet habe, nicht nur weil ich erschrocken war, dass da überhaupt was zu sehen war, nein, auch was ich da gesehen habe, habe ich erstmal den Kaffee hier quer über den Schreibtisch verteilt. Hätte ich auch einen Kitchen-Hack rausmachen können. Ist bestimmt eine mega geile Möbelpolitur und frischer Kaffee hier. Ja, bis dahin dachte ich, ich hätte frei. Und was haben wir jetzt? Wir haben einen Mad Monday. Einen Mad Monday vom Feinsten. Sehr gefährliches Mad, sehr in die Tiefe gehend ist. Also, so ein krasses Zeug. Aber gut, was passiert? Passiert es erstmal 29.1922.46. Ui. Zu dem Zeitpunkt war ich schon im Land der Träume. Oder auf dem Weg dahin. Irgendwie so, also ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der überhaupt irgendwas gemacht hat. Und das wäre vielleicht auch besser gewesen. Warum habe ich meinen Kaffee verteilt? Jetzt nicht, weil der abends noch online gegangen ist. Das ist jetzt nichts Neues. Leute, wir sehen den Kollegen in seiner Nasszelle. Ich habe Nass gesagt, nicht Gubi. Nicht Gubi, nein, nein. Nass. In seiner Nasszelle, schon fast in voller Körpermontur. Wie er meint, in seinen Einweg-Rasera, Marken, Marken-Einweg, Marken-Einweg-Rasera, nur vom Feinsten. Irgendwelche komischen Lieder wieder zusammen zu ranzen. Das reicht für einen Kaffee noch nicht. Ich denke mir so. Sag mal, Onkel, hast du die Augen kaputt? Oder war der drei, vier Wochen nicht online? Nein, was ist denn da bitte passiert? Was ist denn da bitte passiert? Was sehen wir denn? Wir sehen ein körperliches Wack. Wir sehen einen knapp 70-jährigen Kerl. Kerl, vor der Kamera stehend, wirklich, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Hält sich da am Spülstein, muss sich sogar da noch einen Stuhl dazu holen. Und er macht auf mich diesen extremen Krankenhauseindruck. Ich weiß nicht, wie ich das am besten umschreiben soll, aber so ungefähr ist es doch, wenn da nach einem schweren Eingriff, nach einer langen Reha, nach einem Schlaganfall, nach einem Herzinfarkt oder so, diese wirklich vom Krankenhaus her und den Strapazen, die sie hinter sich hatten, wirklich eingefallen, kaputten Menschen. 10, 15 Jahre gealtert und keine Körperspannung mehr, alles nur wirklich der Körper auf Notstrom. Das sehe ich da. Der ist richtig kaputt. Der ist richtig kaputt. Gut, ich bin kein Arzt, aber für mich weiß ich nicht, ob das Seelische sich jetzt schon auf das Körperliche auswirkt, man weiß es nicht. Man sieht diverse Fortschritte seiner damaligen Gewichtsabnahme, natürlich durch den Magen-Bypass-OP. Es ist aber nicht nur, dass die Hautfetzen hängen, sondern da ist alles nur noch schlaff und es hängt. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch die Stellen, die jetzt wieder langsam, aber sicher proper werden. Also, was man da sieht, ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Der ist ein Wrack. Ein sehr stark gealtertes Wrack. Versucht hier irgendwie da in seinem Badezimmer. Übrigens, interessanter Hintergrund, mein Freund. Vor lauter Markenprodukte, Dolce & Gabbana, Chanel und Louis Vuitton, weiß man ja schon nicht mehr, wie man die normalen 3,20 Euro Pflegeprodukte da aus dem Kopf kriegen soll. Macht Sinn, hier nochmal zu erwähnen, dass wir von vorne hin bisher belogen worden sind, nur zum Flexen. Das braucht der in seiner psychologischen kleinen kaputten Welt so zu tun, als ob. Was uns ja allen klar ist. Aber wie oft hat er getönt, dass er nur ausschließlich die teuren Markenprodukte an seinen Körper lässt und alles andere ja sogar nicht verträgt. Ja, schaut euch um da in seinem Bad und dann wisst ihr genau. Hast du da zwölf Quietschhähnchen stehen? Oder spinne ich da gerade? Ich kann mir richtig vorstellen, wie der in der Badewanne da sitzt mit seinen Quietschähnchen. Ein bisschen aussehen wie Ernie Tudor, ja. Fehlt nur noch Bert. Ja, aber gut. Dieses Standbild hat mich schon mal sehr erschrocken und ich würde hier dringend einen Arztbesuch empfehlen. Dringend. Ich weiß nicht, aber da ist einiges, einiges kaputt mal dir. Einiges kaputt. Und ich rede nicht nur hier von, von der Mordmanne. Aber ich gucke mal rein hier, was war da so the News from Schlumpfhausen. Also nach dem Quack, 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 � escucho Quack, 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 Blu Wir waren schon Gassi Quack, 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 Cluck geht es jetzt langsam los. Und da Ich kann ja gucken. Moment, ich muss ja nicht im Vorfeld. Jetzt zeigt er uns und sagt, ja, das ist das Ergebnis, wenn man abnimmt. Es geht wieder runter. Ja, dumm nur, dass du dich gedreht hast. Du solltest deinem Körper vielleicht mal sagen, dass du vielleicht hinten auch ein bisschen was abnehmen willst. Oder vielleicht willst du ja auch nicht. Vielleicht brauchst du die Kiste ja noch für irgendwas. Übrigens macht das eh so einen aufgekratzten Eindruck, als ob du wieder an irgendeinem Hauptbahnhof vorbeigeschossen wärst. Präsentiert sich selber wieder. Möchte den Lob der Community haben. Ihr wollt mich ja sehen. Ihr wollt mich ja sehen. Kann in der Kürze der Zeit gar keiner geschrieben haben, dass man ihn sehen will. Die Selbstdarstellung, der Zuspruch, der Selbstzuspruch, der ist hier ganz, ganz vorne, der Gedanke. Und ja, nach zwei Minuten muss er sich auch auf die Badewanne setzen. Es funktioniert nicht mehr. Er kann das Ganze nicht mehr halten. Die Kraft ist einfach weg. So. Und ich möchte mich jetzt erstmal in aller Form, und dafür steht er sogar auf. Respekt. Hält sich am Waschbecken fest. Vorsicht, das Ding kann auch abknacken. Er möchte sich in aller Form entschuldigen, dass er nicht zum Frühstückslife da war, so wie versprochen. Und möchte hier nochmal anmerken, dass er keine Versprechen einhalten kann und dieses dann auch in Zukunft nicht mehr machen wird. Und ja, so wie vorgestern, vorvorgestern, letzte Woche, davor die Woche und davor die Monate und die ganzen Jahre, in denen du irgendeinen Rotz versprochen hast, aufgrund dessen, weil man dich ertappt hat oder du halt in die eigene Falle gelaufen bist, gibt es wieder vollmundige Sülzheimer, Sülzen, Schlumpfhausen, Spezialversprechungen vom Schweinemorelli. Also wertlos. Wertloser Content. Und jetzt beginnt der Wort-Gulasch-Salat. Er haut jetzt komprimiert in zwei, drei Minuten alles raus, was ihm auch nur irgendwie durch den Kopf geht. Alles. Alles haut er raus. Er fängt an mit, ihr wollt wissen, wie ich aussehe, bis hin zur Entschuldigung, warum er nicht online war. Jetzt schon das dritte Thema, dass man seine Toilette sehen würde im Hintergrund. Und die nächsten Themen werden schon angerissen und das Ganze in unter vier Minuten. Ah ja, rasierter Rasierkau. Wow, 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 wow. 90 Sekunden geballter Schweinemorelli-Wort-Gulasch-Ref–Ballter-Wort-Gulasch. Er holt sich den Stuhl ins Badezimmer, in der Hoffnung, dass dieser das Gewicht noch irgendwie tragen kann, damit seine wackeligen Haxen da entlastet werden können. Und jetzt muss ich hier tatsächlich auf normale Geschwindigkeit gehen. Das ist nicht einfach für einen Onkel. Nur fürs Protokoll. Kann das sein, dass sich an deiner Toilette kein Toilettenpapier bestätigt? Aber dafür so Waschmops. Ich hab Bilder im Kopf. Dankeschön. Ja, was wird sich hier bei Kursi verändern? Stellt euch den mal auf der Bühne vor jetzt. Ja, stellt euch vor, ihr seid Ute. Hallo? Ist hier ein Stuhl? Live is a party? Ich hab meine Tabletten genommen. Also voll weg, weil ich ihn jetzt auf normaler Geschwindigkeit höre. Und er haut jetzt rein. Ich muss aufpassen, dass ich im Content das einfach nicht auseinanderziehe, sodass sich das normal anhört. Nein, 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 nein. Bis jetzt hatten wir Bluesway, weiß ich nicht was, Schuhs versaut. Wir hatten ganz kurz über das Gewicht gesprochen. Wir haben uns auf eine Badewanne gesetzt. Wir haben das Bad, das Klo präsentiert. Sind rausgerannt, haben uns einen Stuhl geholt, da wieder hingefletzt. Und das alles in vier Minuten. Das alles in vier Minuten. Ungefragt, ja, ihr wollt mich sehen. Nein. Und jetzt, ja, welche Veränderungen kommen. Und jetzt ist Folgendes passiert gestern. Ich find's nicht mehr wieder. Gestern geh ich so auf Vatzebuch und auf einmal wird mir ein Post vorgeschlagen. Und der ist so ein bisschen kunterbunt. Weiß nicht, vielleicht kann man den ja nochmal raussuchen. Vielleicht schaffe ich es selber. Von 2020. Von 2020. Und in diesem Post von 2020 schreibt ein Künstler auf Facebook, Was sind eure Kritikpunkte? Wo soll ich mich verändern? Jetzt wird hier jeder ernst genommen. Das kann doch kein Zufall sein. Und ich lese und lese und ja und nein. Danke für deine Kritik. Du wirst nicht gelöscht. Ja, und die Kritikpunkte waren damals schon die gleichen. Du frisst zu viel. Du frisst wie ein Schwein. Lass das sein. Du kannst nicht singen. Du bist immer nur am Piefen und blau. Und überall da drunter. Ja, danke, danke. Natürlich, natürlich, danke. Natürlich, natürlich. Und irgendwann sehe ich, dass da vor jedem Kommentar 4J steht. Ich sage, was heißt denn 4J? Was heißt das? Bis mir dann auffiel, das könnte 4 Jahre heißen. Ich scrolle nach oben und gucke tatsächlich, das Ding das ist aus 2020. Und zwar, also damals schon genau die gleiche Gulasch aufgewärmte Reflux-Kotze, die der uns jetzt wieder verkauft, flitzt sich da in sein Badezimmer, in einer, in einer Sharping-Manier und will uns jetzt erklären, was sich alles verändert. In Badezimmer. Nachdem man, ach so, entschuldigt hat er sich ja auch noch bei der Community. Hoch und heilig, dass er nicht mit denen frühstücken war. Ungefragt rotzt er jetzt das auch noch raus. Was ist das für ein Content-Aufbau? Vielleicht erklärt er es mir ja noch. Ihr seht, dass ich momentan ganz persönlich auf einem ganz anderen Level bin. Ja, du bist im Minusbereich Level. Du sprichst mittlerweile so, wie du aussiehst. Ja, du bist nur noch ein Wrack. Ein körperliches, geistig war ja schon immer, ne. Du bist ein Wrack und ich... Also wenn das jemand wäre, der mir in irgendeiner Art und Weise wichtig wäre, hätte ich gesagt, aber wie wäre es, wenn du mal ganz schnell zum Onkel Doktor gehst und mal nachfragst, ob du vielleicht zufällig irgendwie vielleicht schon einen versteckten Schlauernfall gehabt hattest oder so. Irgendwann ist doch da kaputt. Das ist doch nicht normal. Oder sind es die Tabletten? Ich bin nun mal kein Arzt, ne. Aber das ist doch... Das ist doch nur noch ein Wrack. Nur noch ein Wrack. Ihr hat offensichtlich das Karma schon massiv zugeschlagen. Und ja, die Veränderung sehen wir. Warum auch immer du uns die erklären willst. Du bist ein Wrack. Du bist ein Loser. Du hast selber gesagt, es ist aus, es ist vorbei mit dir. Du bist am Ende angekommen. Offensichtlich geht es noch tiefer. Ich finde es gut. Hättest du einfach mal den Stream weggelassen. Hättest du den... Aber den brauchtest du, ne, Schweinemorelli? Den Stream brauchtest du. Das ist nämlich wieder nicht für die Community ein Stream. Das ist sein Stream. Das ist sein Seelenverarbeitungsstuhlkreis. Er muss sich von der Seele labern. Und zwar all den aufgestauten Müll. Den muss er jetzt loswerden. Das ist ihm ganz wichtig. Er braucht die Bestätigung. Er braucht das offene Ohr. Er braucht den Zuspruch. Ganz wichtig. Sonst ist der ganz kaputt. Ganz kaputt. Dafür ist dieser Stream. Liebe Schweinemorelli-Community, glaubt man ja nicht, dass der auch nur eine Sekunde für euch online war. Nicht eine Sekunde. Nicht eine. Ich merke es bestimmt, bis Februar noch mal 35 Kilo abnehmen, bis ich hier ganz aus dem Netz verschwunden bin. Jetzt guckt euch das mal an. Der besteht ja prinzipiell vorne rum und Brust rum und Arme rum. Das ist ja nur noch Haut. Wo willst du denn jetzt noch 35 Kilo herholen? Ja gut, wenn ihr den Hintern irgendwie... Ach, ist aber egal. Also, er ist da irgendwo in einem Selbstfindungsdepri... Phasen wie in einem Krankenhaus. Wie in einem Krankenhaus. So ein Videocall mit einem Verwandten, der irgendwie sehr schwer gelegen hat, der dich da anruft. Und es ist schön, dass mit dem Weiß im Hintergrund, das passt ja auch, er hat ja noch mal so ein kurzes Lebenszeichen von sich gibt. Einfach nur, weil er halt eine schwere Phase im Krankenhaus hatte. Und jetzt wieder aufgepäppelt werden muss. So kommt das rüber. Total kaputt. Und er hört nicht auf. Er wechselt die Themen. Das ist der Wahnsinn. Also, Moment mal. Er ist reingekommen. Himmel hoch jauchzend war er am rumtrellern. Dann sprach er schon von seiner Diät. Dann sprach er von seinem Badezimmer. Er hat sich bei der Community entschuldigt. Jetzt ist er in der Veränderungsphase. Veränderungsphase. Habe ich jetzt schon noch, habe ich ein Thema vergessen? Ich gucke noch mal. Nicht, dass ich hier falsch zähle. Oh, ich habe das Klopapier gefunden. Es ist vorne. Es ist vorne an der Badewannkante. Natürlich ist das Klopapier nicht da. Da kommt er ja nicht dran. Es ist vorne. Ich weiß nicht, ob er sich da gleich draufsetzt und das rumgeschubst hat. Nein, das Klopapier ist vorne. Also bis eine Minute 56 ist nur dieses Kindergartenenglisch. So, und jetzt geht's los. Thema 1. Guckt mal, wie toll ich doch abgenommen habe. Die Spiegelshow, die Präsentation. Indirekt wird den Kritikern recht gegeben. Er sagt zwar, dass sie recht haben, dass es stehen bleibt. Nein, die Kritik war, dass du wieder zunimmst. Das gibt er noch nicht zu, aber bis dahin gibt er schon mal den Kritikern recht. Ja, das ist übrigens eine Geschichte, da kommt er ja eh nicht drum rum. Weil die Kritiker, die dir so diverse Fakten um die Ohren hauen, hauen die halt Fakten um die Ohren. Fakten. Fakten heißt, es ist klar, es ist belegbar, deine Lüge. Dann kommt die große, vorgetäuschte, möchte gern Rumsels Entschuldigung. Thema Nummer 2. Achtet bitte, wenn ihr das schauen wollt, auf die Körperhaltung, auch auf die Gesichtsspannungshaltung. Das ist, das ist, es ist gruselig. Vielleicht ist auch Alkohol im Spiel oder zu starke Tabletten. Aber normal ist es halt nicht. Normal ist er ja schon irgendwie, also der ist gruselig. Vor allem jetzt in der einfachen Geschwindigkeit nochmal nachgehört. Es ist wirklich, es ist nochmal gruseliger als in doppelter Geschwindigkeit. So, jetzt kommt Thema 3. Es wird sich noch was anderes verändern. Was denn? Dass du deine Termine nicht einhältst, dass du deine Community verarschst und was noch? Wir kommen zum Thema 3. Aber jetzt holen wir uns erstmal den Stuhl. Was wird sich verändern? Ihr seht's gerade. Ich bin persönlich, Zitat, auf einem ganz anderen Level. Ja, war hier der Wunsch nach dem Wodka wieder größer? Würde jetzt hier einiges erklären. Aber wir sind ja noch in der Thematik rumgeseiert. Nehmen wir als erstes, dann als zweites Gewicht, als drittes die Entschuldigung und jetzt sind wir in der Veränderungsphase. Thema 4. Er will im April, Mai in die Schönheitschirurgie gehen. Wolltest du da nicht in der Türkei in Urlaub? Ich frage nur. So, Thema 5. Wir sind jetzt bei 5 Minuten. Das passt ja. Pro Minute ein Thema. Sehr schön. Ich muss jetzt wieder auf doppelte Geschwindigkeit gehen. Er hat sich jetzt vorgenommen, jeden Einzelnen von euch ernst zu nehmen. Was mich wieder zu diesem wirklich existierenden Post bringt von 2020. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Und zwar ist er vom 28. September 2020. Eure Meinung ist gefragt. Was wollt ihr vom Schweine Morali sehen oder was könnte er vielleicht besser machen? Eure Meinung ist uns wichtig. Exakte Kopie der leeren Worthülsungen, Versprechungen und Rumgerotze von 2020. Jetzt ist wieder die Community wichtig. Kurz nachdem, und es ist noch gar nicht so lange her, dass alle als Ratten, als Viecher, als asoziales Pack bezeichnet worden sind, ja, jeder ihm persönlichen Schaden zufügen wollte, der ihn nicht finanziell unterstützt, wird jetzt die Community wieder ins Boot geholt, um hier die Leute zu verarschen. Es soll so getan werden, als ob ihn das interessiert, um wieder irgendwo was aufzubauen und Vertrauensverhältnis aufzubauen, um dieses dann auch gleichzeitig wieder ausnutzen zu können. Denn so war es ja schon immer und alleine dieser Zufallspost vom 28. September 2020 beweist ja, da ist schon der Fakt, dass das hier mal wieder eine Lüge ist. Und von den Posts von 2020 bis heute, da wird es ja noch einige dazwischen gegeben haben, wie er da sitzt in Melancholie, selbst mit Mitleid da am Zersüffen, ähm, eckelig. Lass, geh, geh im Krankenhaus, geh, geh, lass dir helfen, ja, lass dir einfach helfen und quäl nicht weiter die Community mit deinem Rumgeseier und deinen falschen Versprechungen und Lügen. Ja, aufgrund dessen seine Ausführung, dass er jetzt wieder auf die Menschen hören möchte, die dann Ratschläge gegeben hat, ist ihm offensichtlich klar geworden, dass er wahrscheinlich den oder die ein oder andere Supporterin verärgert haben muss. Hm, dumm gelaufen. Aus keinem anderen Grund, aus keinem anderen Grund setzt der sich da hin und seiert so einen Blödsinn und belügt wieder alle, weil er jetzt wieder auf alle hören will, weil sie ja alle recht haben. Die Leier kennen wir. Und mit Worten, Schweine Morelli, brauchst du keinem mehr kommen. Keinem mehr. Mit Taten. Mit Taten. Vielleicht. Aber mit Worten, mit deinem Rumgeseier da, da kriegst du keinem mehr mit eingelullt. Really not. Und wenn, naja, dann tut es mir leid. Ja, und auch wieder hier, er spricht davon, auf die Leute zu hören, wir sind ja in der charakterlichen Eigenschaften, Kritik von anderen Menschen anzunehmen. Und spricht jetzt wieder von seiner körperlichen Veränderung, basierend oder oder startend mit einer Magen-Bypass-OP. Mit von der Veränderung. Dein Charakter ist aber nicht operiert worden. Aber in deinem Charakter hängt auch alles nur noch runter und trieft und seiert. Darum geht's doch. Darum geht's doch. Das ist doch nur ein Nebenprodukt. Das ist doch nur, weil du dich vor deinem Körper geekelt hast. Naja, jetzt hast du das Ergebnis. Jetzt hast du einen doppelten Grund dafür. Jetzt hast du das. Du hast es dir gewünscht, da hast du das. Hör auf, rumzuseiern. Aber das, was du da rausheulst aus deinem melancholischen Selbstmitleid rumgetriefe, zu versuchen, da irgendwelche Leute wieder einzuschleimen und in dein Spinnennetz zu klatschen, das ist dein Charakter. Das ist dein Charakter. Du bist halt ein Narzisst. Das ist so. Nur deine Meinung zählt und alle anderen sollen die Schnauze halten. Und Kohle schicken. Und Kohle schicken. Natürlich. Natürlich. Ja. Übrigens, Grüße an Klaus Karin. Das hat sie wenigstens halbwegs sauber hingekriegt. Das finde ich schon in Ordnung. Ja. So viel Zeit muss sein. Dann muss man auch so eine Person mal loben, wenn sie so fleißig ist. Das ist ja das berühmte Badezimmer. Schaut's euch an. Putzen kann sie. Putzen kann sie. Mitten im Sprechen seiner Veränderung und Kritik anzunehmen, beobachtet er seinen eigenen Hintergrund und dreht sich rum und lässt sich sofort vom Thema ablenken und sylster einen raus von wegen bla 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 bla. Ach, bei mir sieht's aber auch aus und überall das Duschzeug. Also ein ganz normales Bild eines Badezimmers, was es so millionenfach in Deutschland gibt. Das ist ja nichts Besonderes, nichts Extravagantes, ganz im Gegenteil. Das ist ein Standard 0815 Mietswohnungsbadezimmer. Ist okay. Ist nice. Aber es bringt ihn sofort aus dem Konzept und ach, ich weiß gar nicht, was ich an Duschbart hab, weil er da zwei Plastikflaschen stehen hat. So verwirrt ist der. So verwirrt ist der. Auch dieses Gelaber erinnert mich wesentlich mehr an jemanden, der aus einer Narkose aufgewacht ist und auch verwirrtes Zeug labert, als an irgendeinen Streamer, der gerade bereit ist, irgendeine Veränderung zu vollziehen, zu machen, für die Community da zu sein, Kritik anzunehmen, sich vernünftig zu entschuldigen und darüber zu sprechen, wie es nun weitergehen sollte in diesem hochheiligen Badezimmer. Nein. Das ist eine absolute Verwirrtheit und selber im Lügengeflecht rum. Ja, er hat sich da verirrt in seinem eigenen Labyrinth. In Schlumpfhausen hier. Oh, Eingrenzung. Diskriminierung. Er hat sich jetzt vorgenommen, alle Leute, die Kirschlich supporten, schreiben und hinter ihm stehen, die ernst zu nehmen. Die nimmt er ernst. Nur die anderen nicht. Kritiker oder Leute, die kein Geld schicken, nein, die nicht. Sondern nur die, die hinter ihm stehen und supporten und fleißig da in seinen Mocker umkreisen, die will er dann ernst nehmen. Es ist sehr diskriminierend. Ich meine, kaum habe ich die Schnauze aufgemacht und gesagt habe, schreib doch mal ein paar Kritik in die Kommentare. Wir müssen da so wenig Leute löschen. Na ja, gut. Onkel, den hättest du dir auch sparen können. Ja, aber da sind ein paar Kritiken dabei. Ist okay. Die sind sachlich geschrieben worden. Das ist mit, ja, auch das neue Projekt vom Onkel. Ja, vielen hat es wirklich gefallen. Danke auch nochmal an dieser Stelle für diese wunderbare Starthilfe. Das war mir persönlich sehr wichtig, aber auch ein paar Kritikpunkte und dann setzt man sich damit auseinander und dann ist doch auch gut. Und da gucke ich gar nicht, wer ist das jetzt? Ist das jemand, den du schon lange kennst, der dich supportet, der dich unterstützt, der dich eh toll findet oder ist das irgendjemand Neues? Nein. Ich achte da erstmal auch nur auf das geschriebene Wort. Und ich denke, so sollte es doch auch im besten Fall sein, ne? Boah, ich kriege Reflux. Ja, eure Sachen anzunehmen. Ja, eure Sachen anzunehmen. Kritik fähig zu werden. Ja, wann war er das erste Mal kritikfähig? Direkt 2016 oder kam das ein bisschen später? Seit wann ist Schweinemorelli offiziell kritikfähig? Wie oft wurde uns das schon oder euch oder diejenigen, die da schon oder damals den Leuten vorgeseiert? Das war jetzt die Veränderung, weil wir sind schon im nächsten Thema. Wir sind jetzt schon im Flohmarkt, Trödelmarkt in Neuss. Das war es schon? Das war die Veränderung, dass du jetzt die Leute, die Kritiker, die dich, also nee, nee, die Supporter ernst nehmen möchtest, damit sie weiter bezahlen? Ja? Ist das so? Wow! Dafür eine Sondersendung hättest du dir sparen können bis jetzt. Ja, du hast eine Meise. Das ist aber sehr gelinde, sehr, 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 sehr nett ausgedrückt. Du hast eine Meise. Also er erzählt uns, jetzt geht's los, jetzt kommt Schlumpfhausen, jetzt kommt die Picasso-Vase des Schweinemorellis. Jetzt erzählt er uns da von seinem Konvolut in einem Wert von mindestens 200.000 Milliarden Euro den Schnapper, den er gemacht hat. Also, was passiert tatsächlich? Er war wieder auf Shopping-Tour, er ist wieder von allen guten Geistern verlassen, hat er wieder jeden Klimbim und jeden Rotz, den er irgendwie in die Finger kriegen konnte, hat er gekauft. Und jetzt muss er sein Gewissen halt irgendwie erleichtern und muss sich das schönreden. Jetzt ist aber keiner da, bei dem man sich das schönreden kann. Normal kommst du nach Hause und dann erklärst das deinem Mann oder deiner Frau oder wie auch immer oder du hast Freunde zu besuchen und versuchst das da. Das ist so weit erstmal ein ganz natürlicher Reflex, wenn man ein schlechtes Gewissen hat und weiß, man hat Scheiße gebaut, das irgendwie wieder zu versuchen, schönzureden. Ja, jetzt ist aber keiner da. Jetzt ist aber keiner da. Ja. Dumm gelaufen. Hast du den Hund wenigstens mitgenommen oder durfte der wieder alleine zu Hause bleiben? Fragen über Fragen. Die Ausrede des Messis der Menschen, die horten und die sich jeden Scheiß kaufsüchtig sind, ist natürlich immer Sammeln. Der Oberbegriff Sammeln ist ja fast schon für die erfunden worden. Beste Erklärung. Ja, Junge, meinst du nicht, du hast hier zu viel? Das ist mein Hobby. Ich bin Sammler. Ja, meinst du nicht, das könnte weg? Nein, das ist mein Hobby. Ich bin Sammler. Nein, du bist kein Sammler. Du bist ein Messie und kaufsüchtig. Ihn Scheiß musst du kaufen. Und auch das hast du uns schon tausende Male erzählt. Ich kaufe nichts mehr. Ich kaufe keinen Scheiß mehr. Kein Klimbim mehr. Ich weiß ja schon nicht mehr, wohin damit. Nein, ich kaufe nichts mehr. Ich verkaufe jetzt alles. Nein, ich kaufe nichts mehr. Bla, 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 bla. Die Frage, die sich stellt, die ist, Jahre, war da nicht auch noch kurz ein Besuch in Köln? War da nicht was in Köln? Oder war der Trödel vielleicht nicht in Neuss, sondern eher in Köln? War da nicht was? Ich meine, wir haben ja Monatswechsel, ne? Was ist denn los? Haben wir noch schnell abkassiert bei Gerda? Kann das sein? Ja. Ja. Würde passen, oder? Würde ja passen zeitlich. Schon komisch, ne? Komisch, komisch, komisch. Ein Konvolut von mindestens über 2000 Euro hat er gemacht. Wow. Er war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? So ein Glück muss man erstmal haben, wie der. Was er dafür bezahlt hat, praktisch nicht. Oder nichts. Oder doch viel. Man weiß es nicht. Natürlich kommt das in seine Vitrine. Könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Tagen hat er von der Vitrine geschwärmt, wegen seinen Stofffiguren. Ja. Und jetzt kauft er sich schon den Inhalt für eine Vitrine, die er noch gar nicht hat. Das ist hier. Das ist verwirrt. Das ist das Kaputte im Kopf. Das ist das kleine Kind. Haben, haben, haben wollen. Ja. Der richtet sich eine Wohnung ein, die er noch gar nicht hat. So, das ist jetzt die große Veränderung, dass du dir eine kleine leuchtende Vitrine holst. Du solltest mal hier die Beleuchtung checken lassen. Fang doch damit mal an. Hier sitzt er jetzt seit 10 Minuten rumseiernd da und in Selbstmitleid zertriefend und sucht dann förmlich nach einem Strohhalm des Glückes. Ah, da kaufe ich mir eine tolle Vitrine. Und ja, das ist ein Konvolut und ein Sammlerwert. So wie deine Schleichfiguren, die du uns schon seit einem Jahr versuchst zu verscheuern. So ein Konvolut ist das, ja? So ein mega wertvolles Staubfänger-Drecks-Konvolut, ja? Ah, du bist einfach nur krank. Oh, und das Kreuz. Ja, das ist ein Erbstück von jemandem, der deine Mutter nicht leiden konnte. Mit echtem Swarovski-Stein, ein Erbstück. Für 10 Euro. Du machst ja Schnapper. Du machst Schnapper. Wahnsinn. Achtet wieder auf seine Gestik und Mimik beim Lügen des Preises. Er hat also heute für alles drum und dran das Konvolut an Schlümpfen für über 2000, mindestens über 2000, für mindestens über 2000 Euro. Auch ein wunderschöner Satz, ne? Passend zu Schweine Morelli. Plus das Swarovski-Erbstück fast nur bald nicht ganz 50 Euro bezahlt. Ja, ist doch mal ein Schnapper, ne? Das ist doch noch mal ein Schnapper. Also, es sind zwei Möglichkeiten sind da. Entweder er hat weitaus weniger dafür bezahlt oder weitaus mehr dafür bezahlt. Verarscht uns. Aber belogen werden wir. Das auf jeden Fall. Bei dem, was er jetzt gespart hat, durch dieses Mega-Konvolut, könnte er doch demnächst vielleicht eineinhalb Kartoffeln in noch besserem Olivenöl ersaufen, dann die fettige Rotwurst da zerfließen lassen, damit es auch wirklich schwimmt. Und eine Zwiebel dazu und Paprika. Und dann matscht er da so lange rum, bis uns allen schlecht wird. Gespart hast du ja jetzt erstmal genug. Eine riesengroße antike Schantulle hat er auch noch gekriegt. Oh mein Gott, die wird ja wahrscheinlich schon 4000 Euro mindestens wert sein. Ich denke die ganze Zeit, was werde ich so aggressiv? Was kriege ich auf einmal so einen Puls? Ich meine, ich kenne den Schlumpf ja jetzt schon drei, vier Tage. Ja, Onkel, trink dir doch einen Kaffee und stell den wieder auf doppelte Geschwindigkeit. Dann fluppt das auch besser mit dem Listerine. Zähneputze war gestern, Mundspülung ist heute. Auch ganz wichtig, der Markenfetischismus-Flexen-Minderwertigkeitskomplex-Hinweis. Wer Listerine kennt, weiß, dass das hochwertig ist. Er braucht das. Er braucht diese Selbstbestätigung, selbst bei so banalen Dingen wie Mundspülung. Krank, der ist einfach nur krank im Kopf. Jetzt kommt erstmal Parfüm. Alle Männer, kauft euch Mercedes Rasierwasser. Nee, ist klar. Natürlich, aus welchem Grund sollte ich mir auch nicht von einem Autohersteller Rasierwasser kaufen? Nee, nee, ist klar. An alle Männer. Ja, du, du empfiehlst Männern etwas. Okay. Also, ganz wichtig, das als Mann eben nicht zu benutzen, was du empfiehlst. Und dann um 23 Uhr nochmal Fahrenheit draufklatschen. Wofür? Willst du nochmal zum Banner vor, oder was? Jetzt wird es ekelhaft. Jetzt wird es wirklich ekelig. Und auf das Fahrenheit klatscht er sich jetzt nochmal zusätzlichen Frauenparfüm. Der kann doch nicht mehr ganz sauber ticken. Der kann doch nicht mehr sauber ticken. Ja, ich empfehle euch, nehmt da Deutsche und Kabana. Das ist ein Frauenduft für die Männerwelt. Nee, nee, ich rieche das ganz gerne bei mir. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn ich dann jetzt gleich noch duschen gehe, weil natürlich muss ich noch duschen gehen, darum habe ich mich ja jetzt einparfümiert. Und jetzt gehen wir erstmal eine rauchen. Und ich habe mir vorgenommen, hier gibt es jetzt ganz viele Veränderungen. Und ich habe mir vorgenommen, Also, er wird als nächste Veränderung jetzt aufschreiben, was er jeden Tag so isst und trinkt. Ihr könnt ihm gerne dabei helfen, aber eine Person hilft ihm schon dabei. Also laut Ernährungsplan sich zu ernähren und im besten Fall sogar im Voraus zu planen, was man so essen kann, will und wird, um halt einkaufen zu gehen, nach einer Mark-Bypass-OP. Macht Sinn. Im Nachgang, wenn das alles nicht funktioniert, oder zur Selbstkontrolle, das Ganze aufzuschreiben, macht auch Sinn. Aus welchem Grund auch immer, der da ein halbes Jahr später draufkommt, kriegt wahrscheinlich Schimpfe gekriegt von irgendjemandem. Okay, Aber bitteschön, was brauchst du da für Hilfe? Du bescheißt dich doch eh selber. Die einzige Hilfe, die du kriegen könntest, wäre doch in einer geschlossenen Therapiegruppeneinheit Klinik, wo du an der Essensausgabe genau das kriegst, was du haben darfst und ansonsten wirst du hermetisch von jeglicher Nahrungszufuhr ausgeschlossen. Hast gar keine Möglichkeit. Kein Fressautomat, kein Kiosk, kein Kaffee, kein gar nichts, sondern nur das, was du da kriegst zu deinen Mahlzeiten. Das kannst du futtern. Das ist die einzige Kontrolle, die bei dir funktionieren würde. Du bescheißt dich doch eh selber. Und was bist du für ein Kleinkind, das du jetzt nach Hilfe fragst zum Ausschreiben von dem, was du frisst und jemand hilft dir noch dabei. Was ist? Hast du Roswitha wieder eingespannt oder hat sich Gerda bei deinem letzten Besuch beschwert, sie möchte auch Aufgaben haben? Was ist da wieder passiert? Auch hier Leute, genau hinhören. Ist ja auch eine tolle Idee. Was er isst und trinkt, wird genau aufgeschrieben. Doof nur, dass ich schon wieder ein paar Minuten gespoilert habe. Und jetzt hält er uns wirklich seine Analdusche da rein und hält sich die an die Nase und erklärt uns, wie er dann da mir kommt's hoch von vor drei Tagen. Du bist so eine widderliche Sorge. Was ist denn da für den Scheiß gekauft? Bah! Schimpf! Mua! Und selbst wenn das gut ist und wenn das da... Bah! Pfeu daimel! Das ist... Bah! Wah! Ja, das ist ganz wichtig, dass man sowas im Haus hat. Das ist so wichtig. Eine Nasenspül-Anal-Drüsen-Maschine. Mua! Nein, 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 nein. Onkel, ganz locker bleiben. Kommt, gleich ist Morning Life. Dann hält er. Bitte rettet mich. Macht mir guter Laune. Bitte, bitte, bitte. Huh! Schlupfhausen! La, 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 la. Ach, ist das herrlich. Na, warum soll ich dir denn sagen, dass du einen an der Waffel hast, wenn du selber schon bestätigst, dass du einen an der Waffel hast? Aber gut, darauf... Der Bitte kann nicht nachkommen. Herr Schweine-Morelli, Sie haben einen an der Waffel und zwar gehörig haben Sie einen an der Waffel. Ja, er hat gesagt, ich soll's sagen. Hat er gesagt. Kriegt er jetzt auch wieder eine Anzeige für? Oder bin ich vielleicht sogar schuld, dass du einen an der Waffel hast? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt versucht er uns eine Kaufsucht wieder zu erklären. Ja, ich hab einen an der Waffel. Ich kauf mir Sachen, die ich auch behalten möchte. Nein, du kaufst dir Sachen, die du dann irgendwann mal wieder verstaubt und vergilbt und verqualmt findest und die du dann verscherbeln willst für teuer Geld. Und jetzt spricht er schon wieder darüber. Nein, das sind Sachen, die ich behalten möchte, die ich dann in meine Vitrine stelle. Du hast keine Vitrine. Du hast sie einfach nicht. Du hast keine Vitrine. Junge, komm in die Realität. Du begründest deine Kaufsucht. Das letzte bisschen Glück in deinem Leben. Kaufen und Fressen. Begründest du jetzt damit, deine Vitrine zu füllen. Aber du hast keine Vitrine. Es ist nix da. Du bist einfach nur kaufsüchtig. Und gierig. Und rechnest sofort nach. Ein echter Sammler, der rechnet nicht sofort nach. Der sagt, hey, das ist schön. Das gefällt mir. Das passt zu meiner Sammelleidenschaft. Das hätte ich gerne. Du bist doch kein Auktionshaus. Was alles erstmal schätzen muss. Man kann schätzen, wie alt es ist. Ob es original ist. Das kann ein Sammler machen. Und ein Sammler weiß dann auch ungefähr, was für einen Wert das Ganze hat. Aber du bist kein Sammler. Du bist ein raffgieriger, raffgierer. Das bist du. Und fleckst nur damit rum. Nie irgendwie vernünftig den Wert, die Begründung der Sammelleidenschaft und hin und her. Die Schlümpfe jetzt. Weil du irgendwann mal gehört hast, ja, es gibt Schlümpfe, die sind ein Vermögen wert. Ja, man muss aber erstmal denjenigen finden, der dir die Kohle auf den Tisch legt. Das ist beim Sammeln halt so. Ja. Du hast mit Schlümpfen nichts an der Mütze. Du hast nur diese Keksdose gesehen, diese Antike. Und dann hast du gesagt, ja, die muss ich haben. Da ist bestimmt eine Picasso-Vase bei. Eine kleine. Das bist du. Das bist du. Jetzt, wo ich die Kette und mit dem Swarovski-Erbstück von vor langer, langer Zeit da sehe. Sag mal, hast du nicht letztens noch erzählt, dass du nur Goldschmuck trägst? Auch wieder eine Lüge, ne? So, jetzt hält er uns unsere, eure, die, die, die Blechkiste, diese alte Keksdose dahin und redet von 1000 bis 2000 Euro. Klar, da kann natürlich durch Zufall vielleicht genau der Schlumpf da mit drin sein oder so, ne? Aber ich hab heute Morgen einfach mal so ein bisschen auf Ebay geguckt. Du kriegst so eine, so eine Kiste Schlümpfe auch schon für 50 Euro. Und nicht nur von einem Anbieter. Ja, und jetzt ist er wieder bei seinem Eine-Millionen-Gemälde, was er irgendwann findet. Die Picasso-Vase in seiner Traumwelt. Das kleine Kind mit seinen Spielfigürchen. Ah, was willst du dazu noch sagen, ne? Genau. Der Sammler, der verstorben ist, wo der Freund das jetzt verkauft hat, der Sammler, der hat das alles da reingeschmissen und er muss das erstmal sortieren. Ja, genau so ein Sammler wie du. Ach, kriegst du wieder Sachen zugeschickt? Du hast doch ausdrücklich darum gebeten, dir nix mehr zuzuschicken. Was? Fühlst du die Klarstellung zu kräftig auf dem Zahnfleisch rum? Ja? Hm. Bist du wieder erwischt worden? Ja, dumm gelaufen, ne? Übrigens, wenn man weniger Scheiße labert und weniger lügt und weniger da, ne? So weniger passiert und kommt, ne? Du Schlumpfhausen-Besitzer, so. So, ich mach jetzt Morning Live. Ach so, wollte ich auch den Tusch drücken. Oh ja, kann man ja, ne? Ach, was ein erquickelndes, belabendes, äh, schönes, kleines, äh, Morning Live. Ich glaub, ich war ein bisschen leise, ne? Kann sein, dass es jetzt lauter wird. Da müsst ihr wieder leiser drehen. Hm? Okay. So, dann gucken wir mal, wie es in Schlumpfhausen weitergeht, ne? Der Onkel hat ja den Zettel noch voll und, ähm, eine Uhr hat er gar nicht um. Ja. Keines Feuerzeugproblem. Hm. Aber adelig, äh, gerecht. Das kriegen wir schon hier, ähm, hin. Ach so, ja, äh, ich wollte weitermachen. Äh, 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 meinst du nicht, ich habe langsam genug Tassen? Meinst du nicht, meinst du nicht, ich habe langsam genug Tassen, mein Freund? Hä? Äh, äh, das mit dem Freund war ja ein rhetorischer Spruch. Bitte nicht wörtlich nehmen. Nicht, dass du mir jetzt auch noch im Sack gehst und meinst, äh, hier. Äh, okay, kannst du mir nicht helfen? Du bist doch so toll. Du bist doch so super. Du kannst mir doch bestimmt helfen tun. Äh, äh, ja, mach ich aber nicht. Hilfe zur Selbsthilfe. Geh zum Arzt. Oder Mehrzahl. Also nicht du. Ärzte. Wo ist eigentlich Klaus Karin? Wo ist sie? Hat die jetzt Hausverbot? Ist das zu viel Content gewesen? Ja? Hat Klaus Karin mal wieder deine Community und den Stream übernommen? Hm? Mehr Aufmerksamkeit als du selber? Das geht ja gar nicht, ne? Dann muss man die ja verbannen. Apropos Aufmerksamkeit. Wo ist der jetzt mit Gerda? Die sitzt da mit den heißen Kohlen? Auf heißen Kohlen? Was ist denn los? Vermute. Also entweder lässt die Wirkung nach von was auch immer oder er wird wach und hat vorher gepennt. Weil so langsam ist dieses kaputte Krankenhaus da, was ich am Anfang beschrieben hatte, jetzt sitzt er in der Küche, jetzt geht's langsam. Es ist dieser, 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 dieser Standard-Reflux, den wir kennen, ne? Bööö. Aber das, wo man jetzt wirklich meinte, ist doch gerade erst aus dem Aufwachraum raus, das lässt gerade so ein bisschen nach nach 30 Minuten. Wollte ich nicht. Vielleicht muss er nachlegen oder so. Sag mal, hast du den, äh, Klobürstenmanufaktor, hast du den verklagt? Hast du mal geguckt, hinten da? Du, Hayopay? Jetzt hab ich ne Frage. Der kommt um 22.46 Uhr online, hat sich dann ne Dönerbox geholt zum Fressi-Fressi machen. Wo war der? Oder wie lange steht die Dönerbox schon da rum? Hm? Weiß nicht, gibt's den Schlumpfhausen? Gibt's ja, gibt's ja, gibt's ja auch den Dönerschlumpf? Ich weiß nicht, gibt's den, ja? Genau, auf die Aussage hab ich gewartet. Das stellen wir erstmal unter Bett, weil da ist noch ein bisschen Platz. Oben, obenschrank, im Schrank, im Wohnzimmerschrank, also Fahrradkeller, Wäschekeller, ist alles schon voll. Wo passt noch ein bisschen Schrott hin? Richtig, und das Bett. Weg damit. Jawohl. Gekauft, Knete unter die Leute gebracht, präsentiert, geflext, gegoogelt, was für ein Vermögen dieses Konvolut doch wert ist und dann kommt's unter das Bett. Ja, so ist das. Wer hat nicht eine Konvolut-Keksschachtel unterm Bett liegen? Ich sammle da nur Wollmäuse. Bis der Robby Toppy kommt. Der frisst die alle auf. Es tut ihm in der Seele leid, wenn die Schlümpfe da in die Kiste gepfeffert werden, reingepowert werden. Ach ja. Kannst du uns noch mal deinen Konvolut mit Schleichtieren zeigen, wo du die so reingewemmst hast? Du laberst einen Scheiß, ey. Ja, scann mal so einen Schlumpf ein und guck mal, was der kosten würde. Hast du den Schweinchen-Schlumpf? Hast du den auch? Also der Schlumpf kostet irgendwas mit knappe 8 Euro, 7 Euro und. Das Konvolut hat ja einen Wert von mindestens über 2000 Euro. Das heißt, so grob, 250 Schlümpfe müssen da drin sein. E-Mail-Kleinanzeigen kriegt er die Konvolut hinterhergeschmissen. Die warten immer nur auf irgendeinen Trottel, der sie kaufen tun tut. Ja, er liebt diese Welt von Märchen und Horrorfilmen. Ja. 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 Liebt er wirklich. Liebt er. Bei dem rennt Tariffa auch durch Schlumpfhausen. Im Kopf. Hm? Glaube ich wirklich. Ich sehe den richtig aus. Da Mahia-Bitti sitzt mit den Schlümpfen spielen und dann kommt Chucky. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Mit den steifen Bären. So, Kopfkino. Komm her, Leute. Kopfkino. Okay, verteilen wir ein bisschen Popcorn hier. Auf Topic. E-Mail bekommen. Man kann dem Onkel jetzt auf Instagram Geschenke senden. Aber bitte keine Schlümpfe. Bitte, bitte, bitte keine, bitte keine Schlümpfe. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber egal. Jetzt habe ich die E-Mail. Juhu. Kann ich mir auch das Bett legen. Jetzt bedankt, dass ich für sechs Sterne und fantasiert mit seiner Million. Jetzt findet er was für eine Million und jetzt gibt er sie auch direkt mal schön im Livestream aus. Daher, der ist nur live für seinen Kauderwelsch, Einsamkeit, Tagesbewältigung, Minderwertigkeitskomplexe in irgendeiner Art und Weise. Er braucht ein bisschen soziale... Ich glaube davon, wenn man Klaus-Karin-Hausverbot gibt. Du bist da mit knapp 250 Leuten online und fragst jetzt allen Ernstes wegen ein paar boshaftigen Smileys, ob da ein paar Leute drin sind, die dich nicht mögen. Sag mal, Junge, du hast ja noch mehr einen an der Klatsche als ich dachte. Da können dich keine zwölf Leute von leiden, die da bei dir zugucken. Wann realisierst denn du das mal? Liefer den Leuten jetzt wenigstens den Content, den die haben wollen. Los! Matt auf den Tisch, Junge! Zack! Hier! Das Geseier, das ist doch nur was für Hobby-Psychologen und für Nicht-Schlafen-Könner ist das doch nur. Sind da ein paar Leute dabei, die dich leiden können? Ja, ein paar Fehler wahrscheinlich. Hm? Wo sind denn 250 Likes und 125 Teilungen? Wo sind sie denn? Schlumpfhausen-Kasper, du. Das wäre der erste Schlumpf, der nicht blau ist. Der rennt da in pink rum. Ganz super ren. Hallo, heftig Schlumpf. Upi, Upi! Mit Gurkchen! Das Gurkchen-Schlümpfchen in pink. Mit Gurkchen. Ja, ja. So, Onkel, jetzt war wieder locker hier. Da sind wir ja mal gespannt. Er hat gegehnt, der hat mich jetzt angesteckt. Da sind wir mal gespannt, wollen wir die Schlümpfe das nächste Mal wiedersehen. Übrigens, von Schlumpfhausen kommen wir jetzt zu seinem Gremlin-Weihnachtsbaum dieses Jahr. Wie immer eine Freude für ja, wen auch immer. Ich dachte, du wolltest dieses Jahr noch umziehen. Weißt doch noch gar nicht, wo du den Weihnachtsbaum hinstellen sollst in deiner neuen Villa. Mit separatem Eingang und Vorgarten. kannst du ja so auch Schlumpfhausen, kannst du ja so einen Pilz suchen oder so. Übrigens, ein anderer aus einer großen Bubble, der hat dann, der ist auch irgendwann in den Wald gezogen und hat da so eine, so eine, das wäre doch was für dich, oder? Du machst da ja im Wald noch einen Posterstand auf, jetzt sucht er einen Baum, der etwas höher ist. Von 1,40 geht er jetzt auf 1,50. Ja, er hätte gerne ein größeres Bäumchen. Und hängt sich da ein Kremlin dran. Ja, mach mal. So, bei Minute 38 sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo ich am Anfang gesprochen hatte, wir schreiben mal schön auf, was ich alles essen und trinken darf. Jetzt kippe ich mir das verschöne Cola in den Kopf, ja, und haltet ja alle eure Klappe. Also die, die gerade eben noch aufgefordert worden sind, Kritik zu äußern und ihm zu erklären, was denn so alles ist. Jetzt nicht verwechseln mit dem Post von 2020. Nein, nein, aktuell, fast tagesaktuell, fast tagesaktuell, ist ja der 29.9. hier, Kirschling, Backup-Video. Ja, alle sollen da schön ihre Kritikpunkte äußern und er schreibt jetzt auf, mit Hilfe der Community und noch einer weiteren Person, die ihm dabei hilft, was er so jetzt isst und trinkt. Wird sich jetzt die Cola im Kopf geschmissen, direkt mit der Information an die Community, Schnauze. Einfach Schnauze halten, ja? Ist meine Sache, was ich mir hier in den Kopf knalle. So, soviel zu dem Thema. Was soll ich jetzt hier noch machen? Was, 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 sollen wir hier Schlümpfe zählen oder wollen wir uns die Hütten angucken oder was, was, was lose? Was soll das, Schweinemorelli? Was erwartest du denn jetzt, wenn du so ein Content da rausrotzt? Was, was erwartest du? Dass die Leute alle schreiben, dir Glücksbärchen-Posts schicken, ja, alle Schlümpfe durchzählen, dich feiern, dass du endlich, du bist der große Meister der Schlümpfe in der imaginären, leuchtenden Vitrine, ja, mach dir mal Licht in deine Vitrine. Was erwartest du denn da? Was ist die Erwartungshaltung deines Contents? Richtig, richtig, gar keine. Weil du gar kein Content gibst. Du haust da ein Kauderwelsch raus, was durch deine Gehirnwindungen ungefiltert haust du das da aus deiner Lysterinklappe raus und sültst die Leute feulen, nur weil du einsam und verlassener, kleiner Loser keinen Bock hast da, in der Küche zu sitzen und zu heulen. Das ist der einzige Grund. Und genau diese Gesprächsthemen, die solltest du in einem Stuhlkreis oder in einer 1 zu 1 Vier-Augen-Therapie mal raushauen. Dann geht's dir besser. Dann wird's dir besser gehen. Was soll die Rotze da? Nimm deinen Nasenanal- Drüsenreinigungs-Okolyten-Container da und gib mal richtig Gas. Gib mal richtig durchspülen das Ganze. Vielleicht hilft's ja wirklich. So als erster präventiver Schritt in eine gute Zeit und macht das scheiß Handy aus, ey. Ja, du siehst auch so super glücklich und zufrieden aus. Das muss wirklich ein Top-Tag gewesen sein. Muss man ja wirklich jetzt mal sagen, ne. Ja, das Leiden Christi hängt wie ein Schluck Keola-Zero in ne Kurve und spricht davon, dass er einen schönen Tag gehabt hat. Wir hatten einen schönen Tag, weil du nicht online warst. Du musst mir ja den Montag kaputt machen mit dem Kack da. Mann! Dann nimm doch lieber hier dein Bratkartoffeln-Erseufnis in Olivenöl mit Rotwurst-Matsche. Gürkchen dazu? Da brauch ich keine Reaction machen. Bam! Weg! Kann ja mal Minecraft-Dorf basteln oder kann echte Z-Promis reagieren. Aber nein! Aber nein! Weiß nicht, was nerviger ist. Brüh, Heineiten, reinigen morgens um sechs oder dein Gesülze hier. Aber egal. Ja, ich hab's mir ausgesucht. Ist ja so. Habt ihr ja recht. Ach ja, Leute. Was für ein schöner Tag. Ja, ich weiß, es muss weg. Ich hab's verstanden heute Morgen. Ich hab's... Ja, ich hab's verstanden. Ich verstehe Kritik. Außer Medi. Ich find das schön. Ja, supportet mich! Supportet mich! Ihr tollen Menschen! Supportet mich! Lasst mich nicht untergehen! Blup, blup, blup! Alter, du bist schon längst abgesoffen. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Das dauert bei dir halt immer ein bisschen länger. Und wenn es nur so ist, dass du ihn in deinem eigenen Selbstmitleid ersäufst. In deiner Unfähigkeit, das eigene Leben auch nur ansatzweise irgendwie in den Griff zu kriegen. Dieser jämmerlichen Darbietung da mit dem Wort Gulasch garniert mit... Nein, ich sag's jetzt nicht. Gürkchen! Gürkchen! Ja, ich sag es! Mit Gürkchen! Und schon geht's los. Ja, solange man sich die Coca-Cola jetzt nicht so reinschüttet, so wie früher, ist das alles vollkommen in Ordnung. Ich geh auch gleich duschen und dann geh ich wunderbar duschen. Ja, da werd ich mich mit einer Bodylotion eincremen. Es soll sich mit der Lotion eincremen! Okay? Willkommen bei The Buffalo Bill in Schlumpfhausen Horror Story presented proudly proud proud fundly fundly presents from Schweinemorelli Durchgeknallt, einfach nur durchgeknallt. Was für ein armer Wicht. Ja, ihr Trottel, vergleicht die Preise im Internet. Hier, der hilft euch. Der hilft euch durchs Leben. Vergleicht sie. Ja, auch die Flugzeugträger Bodylotion, den Tom Ford hat. Hatten wir morgen noch auch. Was der braucht, ist ohne Antonow oder so. Das braucht der. Also wenn er eine Million gewinnt, baut er sich ein Haus mit vier Zimmern, mit einer riesengroßen Mauer und einer flachen Wiese. Wenn er jetzt noch Gummitapete dran klatscht, brauchst du keine Millionen. Ich schicke dir eine Adresse, da gehst du hin, sagst Bescheid, kommst vom Onkel und dann hast du alles, was du brauchst. Hohe Mauern, flache Wiesen, alles dabei. Ja, ja, ist so. Werden wieder alle verarscht. Nein, 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 der Döner ist ohne Pommes. Nein, der wollte mir Pommes. Pommes kriege ich nicht runter. Kein Brot. Kein Brot. Kein Brot. Nein, du kriegst kein Brot runter. Seit wann kriegst du denn kein Brot runter? Du bist doch die ganze Zeit am Brot und Brötchen fressen. Du bist ein Lügenbarde vorm Herrn. Du quasselst den Müll so aus dir raus, wie er dir gerade eben gerecht kommt. Jetzt in der Sekunde ist dir klar, dass Brot, Brötchen und Pommes Kohlenhydrate sind. Dann laberst du gleich, du kriegst es nicht runter. Ein paar Stunden vorher schiebst es dir noch quer in den Hals und alle sollen die Fresse halten. Schnallst du gar nicht, was du da für ein Lügenschwachsinn selbst bei normalen Sachen, da geht es ja jetzt um nichts. Es geht doch um nichts. Selbst da lügt er. Er sagt nicht, es ist besser ohne Pommes. Nein, beim Künstler heißt es gleich, das krieg ich nicht runter. Nee, Kohlenhydrate. Wir erinnern uns an die Bratkartoffeln. Nein, nein, nein. Das krieg ich nicht runter. Ich hab nur die Rotwurst rausgeschlürft mit dem Strohhalm. Ja. So kaputt bist du im Kopf. Sobald du den Mund aufmachst, laberst du irgendeinen Kack, der dir gerade gerecht kommt. Und das sind dann meistens Lügen. So kaputt bist du. So kaputt bist du. Ich verarsch dich nicht, wenn ich sag, du sollst in die Klinik. Nein, ich verarsch dich nicht. Das ist mein bitterer Ernst. Ja. Geh in die Klinik. Geh. Oder lass dich tragen. Egal wie. Nein, der hat einen Ernährungsberater, der wissen will, was er frisst. Der scheint ja guter zu sein. Der scheint ja gut zu sein. Wie war denn das Einkaufen mit dem Ernährungsberater? Erzähl doch mal. Komm. Hat er dich denn erreicht? Ich meine, du hast ja so viel zu tun mit deiner Umschulung zum Filialleiter im Homeoffice. Auch gern allein. Nein. Ich kann nicht vorbeikommen. Ich hab so viel um die Ohren. Kannst du mir den gar nicht schicken? Das haben wir gesehen, wie du den... Wo kann ich denn mal draufhauen hier, Mensch? Da. Oh. Entschuldigung. Das musste raus. Das musste raus. Da pfeift er sich in seine Drecksnöderbox da rein. Und vier Sitze später sagt er, ich fange ja heute wieder an, meine Sachen, mein Essen abzuwiegen. Ja, haben wir gesehen gerade. Haben wir gerade eben gesehen. Vor keinen zwei Minuten haben wir gesehen, wie toll du diese Dönerbox abgewogen hast. Mit dem... Ja, das fress ich gleich. Äh, bock, 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 bock. Das fress ich bock. Meint der eigentlich, die sind alle so... Der telefoniert zu viel mit Roswitha und Gerda. Der denkt, die haben alle einen an der Klatsche, die da zugucken. Nicht nur im gleichen Stream. Nein. Fast im gleichen Satzkontext baut er das raus. Er schiebt sich die Dönerbox da zwischen die Kiemen und dann sagt er, ja, ich hab jetzt auch wieder angefangen, meine Sachen abzuwiegen. Was denn? Deine T-Shirts, deine Unterhosen oder was wiegst du da so? Ach, erzähl mal. Dem doofen Onkel. Ja, Entschuldigung, aber mit den Bratkartoffeln konntest du auch nichts anderes machen als wegschmeißen. Ich bin ja auch kein Freund davon, Lebensmittel zu vergolden oder wegzuschmeißen. Aber das Problem ist, sobald du sie in der Hand hattest, kannst du sie nur noch wegschmeißen. Da geht nichts anderes mehr. Früher bei uns in der Küche, in der Gastronomie, da gab es einen Schweinereimer. Da kamen so bestimmte Küchenabfälle, die kamen da rein vom Salat oder hin und her und so. Und dann kam der Bauer hat das abgeholt für die Schweine. Die würden bei dir, würden die streiken. Nicht die Bauern, die Schweine. Was das gekostet hat, ne? Was der da an Blutwurst, an Flöns reingeschmissen hat und dann das Olivenöl und so, ne? So, ab in die Tonne, weg. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Meine Fresse, was der mit dem Tier diskutiert, was der da, man könnte ja, ich, ich höre den Hund teilweise schon antworten, so bekloppt bin ich. Nein, also Bella, jetzt mal wirklich, das geht so nicht. Nein, das können wir nicht so machen. Du kriegst hier nichts, du darfst nicht betteln, das weißt du doch, das haben wir doch schon so oft besprochen. Ja, nö, warte, ich gucke mal eben in die Leckertüte, weil das ist ja das Signal, wenn ich hier sitze, bin ich immer am Fressen und dann willst du auch was haben und anstatt, dass ich dir jetzt einfach mal nichts gebe hier, wo ich sitze und du dich daran gewöhnst, diskutiere ich mit dir lieber total toll, weil meine Community hat ja eher einer der Klatsche, das sind ja nur Ratten und Viecher, dann rede ich doch lieber mit dir. Ich höre das Tier antworten. Ich höre sie. Halt's Maul, gib mir dein Essen. Was beiß ich dir in die Füße? Kontinonser, Kontinonser Onkel. Kronola guckt mich an. Was soll ich mich mit dir auch unterhalten, oder was? Schlaubi-Schlumpf hier. Das Coole bei Schlaubi-Schlumpf fand ich immer, der hat ja jede Folge, hat der ja einen Arschtritt gekriegt und dann flog der erstmal quer durch Schlumpfhausen hier. Entschuldigung. Sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid. Glaube ich, oder? War ja schon weit. Ist ja gut. Ja, wir haben gesehen, wie der Mischling dich sogar angesprungen ist. Für ein Leckerchen. Ich lasse das jetzt. Wie schön er doch das Lieblingslied von Gerda singt. Und Gerda freut sich gerade so schön hier, ja. Schein und Mie. Du mein Stern von Rio. Ach nee, das war die andere. Sag mal, gab's die Kette nicht noch ein bisschen enger? Du beschwerst dich darüber, wie andere Leute, was andere Leute für Schuhe anhaben? Du Badenlatschen-Django, du. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Hätte ich wieder kontrolliert, wird geguckt, was in meinem Chat geschrieben wird? booshaftige Menschen? Sag mal, was laberst du da für einen Kack? Von wem redest du denn? Von dir selber? Du kopierst doch alle Chats raus. Wovon redest du da? Bin ich nicht up to date, oder was ist hier lose? Ja, mach ein Team auf mit der Muchte. Ja, ja, perfekt. Perfekt. Du könntest mal wieder hier deine Community verarschen, kannst mal wieder in irgendwelche Chats rumrennen, kannst wieder irgendeinen Scheiß schreiben und danach kannst du behaupten, du warst es nicht. Was ist denn davon? Was ist? Vermisst du das Biefen ein bisschen? Ja, oh, hast du jetzt so lange ausgehalten ohne Biefen. Was denn los ist, meine Morali? Was denn? Fehlt es dir ein bisschen? Hm, mach doch deine schöne Filialleiter-Umschulung, da hast du noch mehr von. Entschuldigung, klugscheißer Modus. Nein, in drei Monaten ist Weihnachten vorbei. In drei Monaten ist Weihnachten schon aus die Maus. Das ist eine Fehlinformation, mein Freund. Weiß nicht, soll ich das melden? Theoretisch müsste das ja gehen, das ist eine Fehlinformation, oder? In drei Monaten ist Weihnachten vorbei. Ich probiere das mal. Oh, Schweine, Morelli, hör auf mit Trauerreden und mit Trauerbewältigung anderer Leute. Aus deinem Mund, da kann nichts bei rauskommen. Nein, nein, hör auf, lass das, lass das, lass das, lass das. Das Einzige, was dich interessiert, ist, ob das Erbe schon verteilt ist. Hör auf, hör auf, hör auf, hör einfach auf. Ich sage jetzt nicht bis morgen, denn es könnte sein, dass ich morgen nicht da bin. Ich sage, wir sehen uns wieder. Und dann gebe ich das Feuer bekannt und ihr müsst das dann alle teilen, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, wenn die kommen. Das ist ein guter Hinweis. Man sollte sich auf den Scheiß auch wirklich vorbereiten. Das stimmt. Hallo? Werde hier von Requisiten angegriffen. Ja, man sollte sich da wirklich drauf vorbereiten. Das stimmt allerdings. Und zwar sollte man ganz schnell die Handys ausmachen und irgendwo hin pfeffern. Jetzt wollen sie gerade Vorspulen bei seiner Rumpf-Philosophie-Rei über Mindestlohn, Steuern, Österreich und der Schweiz. Ich denke mir, komm, das kannst du dir jetzt nicht anhören. Ja, aber Arbeit ist ja auch nicht alles im Leben. Ja, nee, Arbeit ist auch nicht alles im Leben. Dein Leben hat Arbeit ja überhaupt nichts zu suchen. Das musst du dir reinpfeifen, ne? Und das Schlumpf-Sammler mit Swarovski-Kreuz. Ja, nö, Arbeit ist ja auch nicht alles im Leben. Hilfe! Kann mich einer abholen hier? Bitte? Ich hab keinen Bock mehr. Arbeit ist ja auch nicht alles. Wobei ich den Zeiss ja eigentlich... Ach no, da war ja was. Da war ja was. Warum gehst du einige Arbeit? Gehst du Arbeit? Oder ist das auch nichts für dich? Okay. Wir haben ja schließlich einen Sozialstaat! Hahaha! Dass ich so traurig werde. Ja, nee, Arbeit ist ja auch nicht alles. Wir haben ja schließlich einen Sozialstaat. Uppi, uppi! Da haut er aber noch einen raus hier zum Schluss, du mein lieber Scholli. Das Metal-Level wird gerade hier nach oben katapultiert! Hahaha! Warte, vielleicht kommt ja noch einer. Warte, warte, warte. Komm, Onkel. Ähm, Round 6. Hehehe! Onkel, Hals, Maul! Ja! Wie viele leben von bla 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 und wie viele leben von Rente! Hahaha! Die sind alle zu faul zum Arbeiten gehen! Die leben von Rente! Dann musst du dir mal vorstellen, gut, dass wir einen Sozialstaat haben. Wir haben einen sozialen Rentenstaat, haben wir hier. Schweine Morelli, du hast es erkannt. Hör mal, weißt du was? Lass dich doch umschulen zu irgendeinem Parteivorsitzenden. Kann man nicht wählen? Kann man nicht wählen? Hehehe! Ja, bist du auch zu faul zum Arbeiten, kriegst du auch Rente, ja? Ist der bekloppt, ey! Mann! Ich brauche einen Schnauß oder so! Ja, sprach der Standard-Müllhausener Super-Klo-Bürsten-Imitator Listerin-Säufer vom Sozialstaat und dass Arbeit ja nicht alles im Leben ist und zündet sich erstmal seine aktive 100er-Zigarette vom Netto-Globus, keine Ahnung, Edeka an und macht's den Leuten vor. Ja, Leute, so geht das. So geht das. Nichts machen, scheiße labern, ein bisschen durchs Badezimmer hümpeln und schon kannst du flexen wie einen Großen mit Schlümpfe und denkt immer dran, Arbeit ist nicht alles. Wie viele Leute leben von Rente? Es ist so traurig. Aber ich kann mich darüber nicht mehr wirklich aufregen, weil ich halt weiß, von welchem Trottel das kommt. und der ist offiziell geschäftsfähig, der darf unterschreiben. Krasse Geschichte. Ja, der lässt sich zum Rentner umschulen, das ist es wohl. Leute, jetzt fasst das mal zusammen. Diese verschiedenen Symptome, die der hat von den verschiedenen psychischen Krankheiten plus einem Bildungsstand von einem Eichhörnchen. Und da gibt es Leute, die finden den gut und klatschen. Das heißt, von der Seite gibt es noch mehr. Das ist kein Einzelfall. Das ist kein Unikat. Nein. Das ist eine Gruppenbeschreibung, der Typ. Puh. Armes Deutschland. Die arme Welt. Das Universum. Ja. Jetzt erklärt uns der absolute Schmarotzer, dass wenn du für Mindestlohn arbeiten gehst, dass du ja nur ungefähr so Pima Auge 1400 Euro rauskriegst und dass das nicht viel Geld ist. Spitzen mit 1,4. Ja. Hört hin und denkt dann einen Schritt weiter, was er uns für einen Lebensstandard präsentiert. Wovon lebt es denn, bitteschön? Wovon lebt es denn? Wie viel bekommt es denn aktuell oder in der ganzen Zeit, wo er rumturnt? 1,4 ist ja nicht viel. Also muss er ja mehr haben. Hat er auch. Cool, ne? So ein Stream am Sonntagabend, um dann montagsfrüh wieder loszumarschieren mit 12,50 Euro. Ja, da ist ja die Schnauze voll, oder? Der hätte ja auch keinen Bock mehr. Der hätte ja auch keinen Bock mehr. Hier, unser kleiner Schmarotzer. Jetzt dreht er das von dem Mindesteinkommen dreht er es auf Deutschland. Deutschland ist reich, aber nicht mehr so reich, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt macht er doch die politische Karriere. Der lässt sich zum Rentnerpolitiker umschulen, als Filalleitender. Ja. Jetzt sagt Schweine Morelli, warum geht man immer an die Rentner? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Wenn man da den Kontext ein bisschen dreht, mein Freund, da siehst du aber nicht gut aus. Wer geht denn hier die ganze Zeit an die Rentner? Du doch zum Beispiel auch. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, ne, Kollege. Wann geht's dann, Gerda? Und dann sprichst du von Mindestlohnerhöhungen, das heißt, die andere Rentnerin, die für dich ja noch arbeiten geht, dann kriegt sie ja bald mehr Knete. Juhu, freu dich doch, freu dich doch. Dann kannst du mal wieder aus Mieter grüßen, ne. Schon mal so schon mal vorsorglich, ne. Nicht, dass die Kohle irgendwo anders verschwindet und irgendwelche Erbschleicher oder so. Und jetzt liegt dir mal eben ganz kurz die Einkünfte von Gerda. Alles das, was vorher spekuliert und vermutet worden ist, haut Schweineborelli jetzt noch mal raus. Ja, Gerda, dann schreib doch mal mit, worüber du so im Monat verfügst. Sie kriegt von ihrem Mann die Rente. Mhm. Sie bekommt noch ihre Rente. Gut, er nennt sie Witwenrente, das wäre dann die vom Mann, aber ist egal. Renteneingang Nr. 2. Und du bekommst zusätzlich noch deine anderen Gelder. Das, was immer abgestritten worden ist, dass sie da nichts bekommt, als dieses komische Pflegegeld Gate hochkam. Aha! Ebbe, Flut, euch Schweineborelli packt aus, da kannst du dich drauf verlassen. So, Gerda, jetzt mach einen Umschlag fertig. Der Junge kommt bald. Tja, dass du deine Kosten decken kannst, ist doch ganz klar. Gut, es ist nicht immer leicht für dich, Gerda, spätestens seitdem ich in dein Leben getreten bin. Aber der Schweineborelli, der Rentenleaker. Das ist schön, ich freue mich da. Ich freue mich wirklich. Also ich freue mich nicht, dass die arme Frau da abgezockt wird, aber die will es ja nicht anders. Ist ja in Ordnung. Sondern das mal wieder. Bam! Bam! Fakten! Reaction! Aktion, Reaction! Aktion, Reaction! Das habe ich mir nicht aus der Finger gezogen. Nein! Das stand auch nicht in der Kugel. Das war auch nicht im Kaffeesatz. Nein, 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 hier. Schweineborelli, haut raus. Gerda schmeißt rückwärtsgang rein. Nee, kriege ich nicht. Ach, kriegst du nicht, Gerda, habe ich mich verplappert. Ja, woher, woher soll, Schweineborelli, ach Gerda, jetzt mal ganz ehrlich, woher soll er sich das denn aus der Finger ziehen? Das muss er doch von dir gewusst haben, von wem denn sonst? Was, was, versucht ihr jetzt auf die letzten Sekunden von diesem, von diesem Supervideo da irgendwie noch zu retten, was zu retten ist? Gerda, das Ding ist durch. Aber beruhig dich, das war uns allen vorher schon klar. Das war uns allen vorher schon klar. Alles gut, alles gut. Beruhig dich wieder, beruhig dich. Schnapp den Käsekuchen, schön, und alles wird gut. Jetzt wird ihm das Ganze zu brenzlig, wahrscheinlich sieht er die ganze Zeit die Dönerbox und kriegt Hunger und er möchte jetzt um roundabout 0 Uhr nochmal kurz unter die Dusche hüpfen. Ja, schade, jetzt wäre so ein Montagmorgen live cool gewesen. Dann hätte der Onkel sich das erstmal angeguckt. Ja, aber ist egal, der Rotz ist beendet, der Puls ist oben. Ja, also, denkt immer daran, wie viele kriegen Sozialhilfe, wie viele kriegen Rente. Ja, bei Schweine Morelli ist das auch total egal, weil der wird ja nie eine Rente bekommen, denn, ich weiß nicht, soll ich dem jetzt wirklich erklären, wie sie so eine Rente zusammensitzt, von so einer Witwe oder irgendwie so, ne, der hat es ja erklärt, aber ADHS gibt es ja nicht, die 10 Jahre, also komisch. Ich weiß über Gerda mehr Bescheid und über dem Leben und dass sie für das, was sie hat, offensichtlich was tun musste, als er selber. Aber ihm selber interessiert ja auch nur, wie er es kriegen kann, wie er es abholen kann. Ob er jetzt dafür arbeiten geht, staatliche Förderung bekommt oder halt Rente im Sozialstaat Deutschland, das ist dem ja auch driss egal. Hauptsache, er seinen Rubel rollt für Schlumpf, Altersvorsorgen oder irgendwelche Holzsteinböcke oder wie auch immer. Aber bevor ich jetzt noch mehr Puls kriege, würde ich sagen, bei einem Medlevel von einer glatten 8, wobei durch das Rententhema ist es hochgepusht, also man könnte ja auch mehr geben, aber ich weiß ja, dass du doof bist. Ich bleibe mal bei der 8 und ihr anderer Meinung seid, ist okay. Onkel, Bock auf eine Zigarette? Dann würde ich nämlich sagen, ich hätte jetzt gerne hier meinen Abspann und bedanke mich recht herzlich für Watching the Onkel, dass ihr da wart, dass ihr die Zeit mit uns geteilt habt. Also thank you very much. Jetzt noch eine kleine Fluppe mit dem Onkel, ein bisschen quatschen, gehört einfach irgendwie mittlerweile dazu. Ich freue mich, weil ich bin ja dabei. Also, küsst ihn auf Schlüsschen, ihr Rentner. Das ist so bescheuert, der Typ, ich sehe. das ist so bescheuert, das ist so bescheuert. 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 Das ist so bescheuert. Vielen Dank.